Ja, ich wollte mir ein Auto, ein großes Auto kaufen, ein Elektroauto muss es sein, aber es kostet zu viel Schein. Denn ich will ein Auto, ja, Elektroauto mit der grünen Nummer, ja, aber leider ist mir klar, das kostet ja vieles, ja. Aber jetzt ist es passiert, das hab ich ja, was komponiert, jetzt will ich ja reich werden, ja, Internet, das ist doch klar. Dann kauf ich mir ein Auto, ja, Elektrisches, das muss auch sein, ein Elektrisches, das fällt mir ein, Elektroauto muss es sein, dass ich nicht vergifte, und dass ich nur fahren tue. Auf diese riesengroße Tour, find ich heute noch heute, ja, ein Auto, ein Elektroauto, ja, das will ich haben, ja, das will ich haben, ja, wer kauft mir mein Auto, ja, wer gibt mir das Geld, ja, ja. Eine Verbrecherbande, ja, die gibt mir das Geld sogar, glaubst du, wirklich, ja, die haben mich bestohlen, ja, um 56 Millionen, ja, das ist mir heut schon klar. Wo ist mein Geld, ja, alle leben von meinem Geld, ja, ja, aber ich kann mir kein Elektroauto kaufen, ja, warum denn nur, warum denn nur, ja, alles wurde mir gestohlen, ja, alles wurde mir gestohlen, ja. 56 Millionen, ja, ist er, ist er wieder da, nix, ist er da, ja, wo kommt das Geld wohl hin, ein Richter, ein Richter, er lebt schon, saus und braus, mit meinem Geld, das ist doch klar. Ein Skibara ist auch dabei, da baut sich ja ein Haus, ja, ja, und, und viele Politiker, da werden wir sehen, wie viel, aber eins kann ich sagen, ja, ich hab kein Elektroauto, ja, nur wenn diese Leute, ja. Äh, ich hab kein Kind. De rookie an sufferer mich, wenn ich음st. Wie viel,iliosuusik. Wie viel,iliosik손 ein Mann. Opそit wie einジähr filho für die were in der im här, nachzup UA – Vielen Dank.